Hey ihr Lieben, heute fahre ich wieder zurück nach Hause und jetzt aktuell ist Lisa gerade nicht da. Sie ist unterwegs und ich warte jetzt bis es wieder kommt. Sie hat mich gebeten Staub zu saugen und das werde ich wohl jetzt auch machen. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Ahnung wie das mit den Storys so abläuft, nur weil das ja jeder macht, wollte ich halt auch mal ein paar Storys machen. Keine Ahnung wie es interessiert oder wer das anschauen will, aber ja, ich versuch's jetzt einfach mal. Oh mein Gott, ich habe so krasse Augenringe. Es ist ja echt schrecklich. Ey, ich muss entweder irgendeine Creme nehmen oder früher schlafen gehen, mich gesünder ernähren. So, jetzt habe ich genug Storys gemacht. Ähm, mein Haar steht schon wieder ab. Egal, ähm, ja, ich gehe jetzt Staubsaugen, habe es ja dieser versprochen und später mache ich noch ein paar Storys rein. Bis dann. So, ich habe jetzt nochmal mit Lisa telefoniert. Also, ich tue jetzt Staubsaugen. Sie hat mich darum gebeten, weil sie möchte nicht und das ist ja auch nicht schlimm. Sie macht nachher lecker Salat für uns und ich tue Staubsaugen. Und jetzt tue ich noch schnell die Wäsche abhängen. Also, bis dann. Ciao. 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 Ciao.